so hier seht ihr die neuen eno 160 mit 6 megawatt in franzburg richtig schick und die blinken so da sind sie auf 165 metern nahen höhen der himmel sieht natürlich richtig schick aus toll so da sind sie die beiden neuen enos 160 auf 165 metern nahen höhen 6 megawatt die letzten prototypen die ich gefilmt habe waren ja bei falkenhagen die beiden eno 152 und jetzt bin ich mal hier habe ich es geschafft am 2.1.2025 ja eine nummer ist hier nicht dran leider eigentlich haben sie die verpflichtung quasi eine nummer zu haben aber in der befeuerung haben sie noch dran also sie leuchten noch abends jetzt oder blinken noch ja sehr schön kann aber auch sein dass sie jetzt nachts aufhören zu blinken da jetzt das ja ja so vorgesehen ist leider gottes dass sie nachts nicht mehr blinken dürfen nur noch bedarfsgerecht wenn sie sich quasi ein flug obflug objekt nähert ja da seht ihr es nochmal eno 160 geil sehr schön ich habe sogar das prospekt zu hause abfotografiert dann zeige ich euch das mal gleich mit ein paar technischen daten sieht das nicht cool aus wo sie meldet euch hier ich habe noch das prospekt von 175 sogar die kommt ihr dann auch noch so hier seht ihr die eno 160 6 megawatt namen höhen 100 120 160 150 165 meter haben sie dann einschalt die schwindigkeit 3 meter pro sekunde abschalt 24 nenngeschwindigkeit 12,7 rotor 160 nentrenzahl 9,8 umdrehung die minute dann könnt ihr auf stopp machen wenn ihr wollt und euch das noch mal in ruhe durchlesen ich hoffe man erkennt es ne ja sehr schön haben wir sie mal auf dem kasten hier die eno 160 die an 6 megawatt 105 meter max bügelturm ist das auch wieder ja mit der drohne werde ich jetzt gleich mal hoch gehen das lasse ich mir nicht nehmen heute wahnsinn schön die fette eno richtig geil ja mega der himmel sieht auch cool aus da hinten wundern richtig cool gefällt mir so ich hol jetzt mal die drohne raus und dann fliege gleich mal geil sehr schön sie hat gestoppt das habe ich jetzt verpasst leider das ist natürlich doof scheiße jetzt hat die auch gestoppt hier ich hoffe die starten wieder mit der drohne fliege ich habe Glück gehabt dass ich überhaupt filmen konnte jetzt warum drehen diese jetzt nicht mehr egal ich fliege mal mit der drohne mal gucken da hinten ist noch ein windpark da blitzen die anlagen also eine tagbefeuerung ist noch an sieht man es auf der kamera ein bisschen und die beiden stehen jetzt so mit der drohne war ich eben oben die anlagen drehten sich dann wieder wo ich dann oben war mit der drohne war schon cool richtig coole aufnahme geworden auch mit dem mit dem sonnenuntergang sieht richtig richtig schick aus also ja viel spaß mit dem drohnenvideo vielleicht kommt noch mal was hinterher jetzt noch mal ich sage meistens immer so das war's jetzt rein gehauen aber nachher auf der rücktour sieht man noch ein paar schöne stellen also wo man ein paar fotos machen könnte und noch mal filmen richtig geil ansonsten wie gesagt viel spaß mit dem drohnenvideo so dann reingehauen schön das blinken da bin ich noch mal kurz geil oder schön die befeuerung herrlich hat was toll einmal muss ich noch film was jetzt so geil aus oder mit mund in hintergrund also besser richtig schön 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 der sonnenuntergang aber bei dieser inno blinkt nur die rechte seite und bei der rechten blicken beide als abwechselnd hat da naja sind halt das dann lang vielleicht testen sei auch irgendwas ja so denn am anschließend folgt das drohnenvideo ich hoffe es hat euch gefallen mir auf jeden fall und jetzt habe ich die wenigstens auch auf dem kasten die ersten prototypen hier in franzburg das sind die allerersten 160 super so denn rennen holen viel spaß mit dem drohnenvideo bis zum nächsten mal hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020